sind gelandet mit der Startnummer 7 von den Rocking Devils, Johanna und Oliver. Sehr gut gemacht. Könnt gerne da in die Mitte kommen, kommt drück da rüber, genau, da ein bisschen zur Richtung, Sabrina, genau, wunderbar. Dann, auf dem fünften Platz sind gelandet mit der Startnummer 4 von Jay aus Villach, Lara und Christoph. Genau, aufgestellt. So, ich mach euch ein bisschen Platz. Er hat auf dem vierten Platz gelandet mit der Startnummer 2 von den Rocking Devils aus Bahndorff, Mona und Jonas. Ja, und somit wissen wir schon, wer am Stockerl steht, aber wir wollen natürlich wissen, wer auf welchem Treppchen. Und das werde ich jetzt gleich auflösen. Auf dem dritten Platz sind gelandet mit der Startnummer 6 von New York Generation, Maria Dabatton. Herzlichen Glückwunsch. So, wer ist Platz 1 und wer ist Platz 2? Hm, soll ich's verraten? Wollt ihr's wissen? Ja? Gut, dann sag ich's auch. Auf dem zweiten Platz mit der Startnummer 3, die Hot Rocktancers Bahndorff, Lara und Margot. Herzlichen Glückwunsch. Und somit ist klar, auf dem ersten Platz, Startnummer 5, Formation 88. Mila und Julian. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Lassen unsere Gewinner hoch die CCTVode. Herzlichen Glückwunsch. Applaus